ähm, dumm na, 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 na na, na dann bin ich wieder schön, dass das ab und zu mal passiert so da gibt's irgendwann mal eine Mini-Episode bei YouTube ich konnte keinen Weg finden so genau vielleicht oben drüber zu glittern ich könnte ihn nicht wegbewegen besser da supermoof supermoof so wirklich da da kann man noch klettern nein ach ja klar hätte ja ruhig mal überleben können den Sprung oder ja okay also ich kann da hinten klettern mal machen wir das nochmal so schöne Blumen yo Putschi mein mein schön halt da runter will ich okay halt irgendwas zu sagen was ist wenn das mit Sam nicht stimmt und der voll der gemeine super fucker fucker gerade ist ich kann nicht weiter als so oh oh warum lässt er denn hier auf einmal los das soll er nicht du lässt er nicht machen mach da einfach nicht ich könnte mich hier fallen lassen ich weiß ja dass da das Ding da da kann ich ja bestimmt meinen Haken wieder dran werfen ich überliste das Spiel einfach so zack sollten sich die Leute hier merken für den Speedrun batsch wie gefällt dir das Game bisweilen es ist der absolute Wahnsinn ich find's unfassbar geil wirklich es ist es ist irgendwie falscher Weg es ist irgendwie als ob du einen Film spielst aber ohne dabei irgendwie dass du denkst ich muss ja nur laufen und drücken weil es irgendwie noch viel geiler ist so ich will da hoch gut 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 Sam in hier auch so geil wirklich ist wie er in der Beta schon so ein bisschen durchleuchten lassen hat aber Multiplayer mache ich erst mache ich erst nach dem Singleplayer erst wenn man die Steuerung perfekt drauf hat geht Online Gebäsche los so 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 ja und jetzt ach das ist ein Turm das ist mir gar nicht aufgefallen weil es niemand finden sollte weil es niemand finden sollte oh Schatzi oh ottomanischer Helm Ups Schick ok von innen soll ich nicht nach oben ne man deswegen ist diese Rampe hier und naja das fängt das bestimmt auch nur dafür da dass man von außen weiter kann A It's like we're heading down Careful hmm Time for a joyride wuuuuuuu oh 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 ah 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 Wo geht's hier hin? Also hier wäre noch mal ein Beach. Wie lange machst du heute? Fuck, ich muss morgen früh raus. Noch eine halbe Stunde. Okay, also ich weiß nicht, ob das hier einfach nur so da ist. Manchmal gibt's das ja. Boah, das wäre so geil gewesen. So eine Geheimfahrt. Schade. Schade, schade. Na gut, ja, ja, hier ist nichts. Schade mal, guck mal, wie gelangweilt der da steht. Das ist die zweite größte Schöster, die ich noch nie gesehen habe. Wait, wo war die größte? Ich erzähle dir später. Komm, wir gehen da hin. Zisterne, soll das sein? Na gut, wieso nicht? Hey! L2-Reflexer. Okay, warum kann ich meine Pistole ziehen? Zufall, dass wir beide gleichzeitig hier sein, hä? Okay, ich kann mich nicht weiter abseilen. Aber er hat gesagt, ich soll nach oben, oder? Oh, guck mal da. Super geht's mir. Ich spiele das beste Spiel der Welt. Wie soll's mir sonst gehen? Wie geht's dir? Oh. Er hat das ein bisschen anders gemacht als ich. So, wir können einmal da lang. Und da, oh, und wir können hier rein. Wow, was ist all das? Stimmt, Moritz hat heute, äh, alle verloren. Die haben, glaube ich, schon alle gefolgt. Ähm, Sam, schau. Ja, Moritz hat heute Rocket League gespielt. Äh, vielleicht haben sie einen massiven Themenpark planen. Pirateland. Das ist so cool, ne? Die ganze Story. Guck mal. Sam, check out this diorama. Äh, das sieht aus wie eine Stadtstelle. Ich glaube, sie haben eigentlich alles gebaut. Diese Leute, ich weiß nicht mehr. Oh, es ist so warm, ne? Ihr hört wahrscheinlich den Ventilator nicht. Aber es ist wirklich warm. Irgendwie alles sehr, ähm, arabisch. Blueprints. Well, brown prints. Warum steckt er den nicht ein? Ich nehme jeden Schatz nämlich mit, aber den nimmt er jetzt nicht, oder was? Sam, check it out. Die Grafik ist supergeil, man. Das stimmt schon. So, Piraten und ein Gesetz. Das ist Avery's Schiff. Ein fancy. Ja, attack in the gunsway. That's how it all started. Look, Piraten Captain's sigils. All gathered around Avery. Nathan, this is, this is the story of the founding of Libertalia. So cool. Was ist das? Okay, aber eigentlich wollte ich hier ja gar nicht so unbedingt rein, ne? Vielleicht kann ich... Ah, okay. Zum Glück hätte ich mich entscheiden müssen, wo ich jetzt auch noch hingehen soll. Okay, also wir könnten hier, ähm... Da könnten wir nur noch rein. Jetzt hätte ich da mal drauf. ich will aber noch gar nicht rein oh nein ich will da noch gar nicht rein whoa it looks like we got ourselves another trial sure looks like it let's see what these do ok ok nothing symbols on the spheres don't match the ones with the light ok let's turn a little bit very loud ich kann noch was drin ich kann was anderes drin oder das aber warum soll das eine Prüfung sein jeder Trottel checkt das hab ich das jetzt wieder gedacht ok hä aber jetzt ist es doch ach so oh wait a minute das hier muss ich auch drücken naja warum dreht sich das nicht naja auf der einen Seite muss wahrscheinlich genau auf den Feldern der jetzt ist genau auf den Feldern der jetzt ist jetzt hab ich es gecheckt da ist dringend was dringend dann such hier hier ich kann du hier 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 das das hier 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 Ok, der linke passt, aber wie meistert das der... Wie mache ich, dass der rechte passt? Gibt es die Möglichkeit, dass ich nicht bei der Gleichzeitigkeit bin? So muss es, ne? Von oben links nach unten rechts. Und das muss auch von der links. Na gut, es muss noch ein bisschen schräger. Wenn wir mal nicht in die Strecke rein. War es das schon? Sog, sog. 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 Josef Ferrell, William Mayes, Tariq Ben Malik, and... Recon? Da sind wir ja sechs in zwölf. Hey, deine Zimel auf dem Rhein sind immer glücklich. Diez. Je bin Malik, das ist Morrisch. Ja, das ist. Was er nicht weit nach dem Barbaryen? Das ist uns, hier raus zu sehen. Okay, track how far off they are when they're in the light. But now... Where is the problem? He turns back to the right again. So I have to go... And the last of our crew. Richard Watt, Edward England and Thomas too. Sam, look, that's where we're going. Oh, wait a minute. That's only 11 pilots. We're missing our star pirate. Uh-huh. That's kind of weird. Let's see. Okay, where to now? Oh, shit. Here's your missing Avery statue. You know, I'm starting at the feeling that our friend was a bit of a narcissist. You think? Yeah. Let's go see what he's got in store for us. Oh, no. That's a long way down. That's so bitter. I'd like to see what's going on there. That's really bitter. Oh, shit. Where's he going? Oh. Oh, bad weather. Don't snap, don't snap, don't snap! Don't snap! Didn't snap. Sweet. Alright, come on down! So was halt in the intro, right? What's up there? After you captain. Oh, huh. Oh. Okay, Island with monstrous Avery statue is to the right, I'm so excited, my hand, my hands are literally shaking, yeah, I know the feeling, either that or I just, you know, I need another cigarette. I think we are close, it feels very close to me. Watski 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 vak twitch Waski watski 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 Okay ... I'm back till sometime... yes! Ja, geh rein, bis morgen. No skull. That's gotta be it. The Batalia. That's optimistic considering everything. You know it is just us here? You're allowed to feel just a little bit of excitement over this. I'll get excited when we get Alcazar's noose off your neck. Come on. Okay. What? That was a lie. No, no, no. Your okay is never just okay. It usually means the opposite of okay. That was a lie with Alcazar, right? Is that our boy Rafe? Who the hell else? Shit. Make that thing out! Then we have to go where we have to go. Oh, we had to go through. Then we had never found out where we were going. Oh, that's the intro. We had to go through the intro. We're going back to the intro. Nathan, we're getting on it! No shit! Sam, head straight to the island! Are you watching? Oh shit! Nathan! Oh shit! Oh shit! Oh, oh. Oh, komm mal, Nate. Schiff hoch. Ey, ich glaub, da mach ich hier jetzt schon den Cut, weil sonst später ist der Cut nicht so cool. Sam! Sam, kannst du mich hören? Ach, wisst ihr was? Ich hab so Bock, man. Zehn Minuten noch. Ich kann jetzt eh nicht pennen. Was soll ich machen? Boah, das sieht das gut aus. Oh, shit. Sam, goddammit. Sam! Oh, sieht das gut aus. Sam, are you there? Wo ist der rechts? Vorsichtig. Ja, oder vielleicht einer der anderen. Zehn tausend Solden. Oh, shit. Das war's! Just push through. Just push through. No, no, come on! Jesus! What do I know about this place? Dammit! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Wahnsinn! Keep going, gotta keep going! But, is that so cool? Why don't we go long? Oh, no! Oh, no! I can't, I can't, I can't You, I can't Oh, no, no! Oh, no! Oh, no, no! Oh! Game over. Oh, er sollte da weg. Da läuft so viel Wasser rein. Das war ein Scherz. Bitte nicht. Man sieht die Badstabpflanze. Yes, I seek Parvis Magna, Sam. Seek Parvis Magna. Han? Where are you? Crap. Got to get to that creepy mountain. Just stay put, Sam. I'm coming to you. Oh, no. Oh, es gibt wohl mehrere Wege. Das ist ganz cool. Oder auch nicht. Ich bin einfach nur so heftig geflasht von diesem Spiel. Oh, shit! Oh, shit! Oh! 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 Watch your back, Sam. Now what? Wir müssen da rüber. Hey, Phil! Please work, please work! Nein! Hey, du bringst mir ja richtig Glück, Phil. Dammit. Wollt ihr zurück, Sam. Das soll ich halten. Let's hope these work, please work! Er sollte sich da festhalten. Das habt ihr ja auch gesehen, ne? Er hat's getan, hat's aber... Hat aber nicht. Wollt ihr zurück, Sam. Das soll ich halten. Let's hope these work, please work! Let's go! Geil, so unter dem Wasserfall. Das ist der Klassiker, ne? Klassiker. Ich würde gerne da rüber springen. Sehr gut. Ich bin jetzt der Klassiker, der Klassiker, hier. Ich bin jetzt der Klassiker, der Klassiker, hier verächtigt. Was ich auch für richtig? Dass ich darauf ach tolle, dass wir nicht mehr verächtigen. Aber ich bin ja nicht mehr... Das soll ich nicht mehr als einem Klassiker, der Klassiker, der Klassiker... Lass uns nur noch mal, für uns wenn man mit ihr verächtigt... Ich bin nicht mehr alsjeblend. Ich bin ja nicht mehr als ... Ich bin ja nicht mehr als alles von ihm und Bucksiker... Und um nhiệm mobile, dass ich die Klassiker, der Klassiker, der Klassiker, der Klassiker... und so weiter schaue über die Klassiker Ôi... komm ich nur so hier oder das ist das ist mega dumm ich fahre fast das ist nicht entschuldig nein die quater für cheese der cheese end ok ja, time for a slide aber ich hätte den vor einziehen sollen ob ich da irgendwo dran springen muss ups jetzt bist du auch da sehe ich doch einen schatz yes hello oh geil was war das denn da ist ein fernglas mal gucken ob wir da durch gucken können und die sich wenn sie sich müde gegeben haben dann kann ich natürlich gucken ok haben sie nicht abschluss mein lieber maximus mein name ist maximus decimus meridius oh oh hey hast du gesehen, jemand kommt hier tall lanky full of big stupid ideas but pirate treasure ja aber was ähm sonst geht's dir gut mir geht's super aber du kommst leider ein bisschen spät also die haben natürlich brauchten die eine Art gesetzt und so die Piraten aber irgendwie schien die doch nicht so ganz fröhlich alle zu sein hää hää in 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 Ich bin ziemlich sicher, dass du das nicht brauchst. Entschuldigung, du Modell. Wieso Modell? Simon, greif mal. Krass. Einfach nochmal eine neue Spielmechanik einführen. Geil, ich kann mich damit auch so fangen. Du sollst dich doch festhalten, Kollege. Danke. Das ist super geil. Sagt man so. Bei dir sagt man das so, oder? Das würde mich jetzt noch interessieren. Oder auf der Straße. Ja, ich bin wirklich. Ich bin wirklich verliebt in dieses Spiel. Es ist unfassbar. Oh, fuck. Oh, fuck. Ist das coole? Ist das cool, man. Die Mechanik. Oh, fuck. Ich müsste mal langsam zum Ende kommen. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Okay. Ich würde sagen, äh, hier mache ich den Cut. Vielen Dank fürs zugucken. Oh, es waren auch wieder richtig viele da. Cool. Danke. Danke für die neuen Follower. Auch richtig cool. Top. Ähm. Das war's für mich erstmal. Heute ist Mittwoch. Ja. Ist ja Pfingsten kein Stream. Das heißt, ähm, Freitag fällt aus und Sonntag fällt aus und Montag fällt auch wahrscheinlich aus. Boah, solange kein Uncharted. Na ja. Das heißt, äh, mich seht ihr wieder in einer Woche. Mittwoch. Danke dir, Max. Gern geschehen, Phil. Ja. Ähm. Gute Nacht. Immer wieder gerne. Ja, cool. Mich freut das vor allen Dingen noch mehr natürlich Leute, die immer mal wieder kommen, ne? Das finde ich auch richtig cool von euch. Ähm. Das, äh, bedeutet noch mehr als alles andere. Gut. Tut's wirklich. Ja. Danke. Ich wünsche euch auch schöne Feiertage. Ja, wir werden uns nicht erholen. Wir hören alles andere tun, als uns erholen. Naja. Gut. Äh. Habt ein cooles, langes Wochenende. Einen schönen Urlaub. Äh. Viel Spaß mit euren Spielen. Euren Videogames. Und, ähm. Bis in einer Woche. Ich werd, äh, aber heute und morgen noch. Äh. Ich werd aber alte Uncharted folgen. Naja. Gut. Haut rein. Game over and out. Oh, wo ist die Maus? Okay. Gut. Danke.